Freitag. Stellen Sie sich vor, Sie haben Geburtstag. 15 Jahre, wer wird Millionär? Und es kommen sogar Gäste, Danke Günther Jauch, die Sie gar nicht eingeladen haben. Herr Jauch liebt Überraschung. Es wird gespielt. Es wird gezockt. Wo bleibt denn da die Freundlichkeit? Und es wird gefeiert. Bis die ganze Bude brennt. Wie ist das noch nie in der Geschichte von Wer wird Millionär gegeben hat. 15 Jahre, wer wird Millionär? Die große Jubiläumsshow. Freitag, 20.15 Uhr. Und im Anschluss geht's noch. Kajas Woche, der Freitagabend bei RTL.